Willkommen zurück zu Let's Play Megaman Star Wars Pegasus. Ja, ich hab mir mal, bevor wir in die Schule gegangen sind, wie ihr oben sehen könnt, mal kurz Cygnus Wing geholt. Und ich sag euch, in einem Cybercore, in Mr. Boreals Labor, findet ihr ein Leveler. Und unterwegs hab ich auch nochmal ein paar Zendys geholt. Da hab ich den Speicherstand von letztem Mal doch nicht mehr auf dem PC hatte. Deswegen musste ich jetzt mal Cygnus Wing noch holen und so weiter. Doof ist nun, ich hab zu viele Level-Ups nach meinem Mischmann geholt. Ich wollte es relativ ohne holen, äh, durchspielen. Aber so gehen wir heute wieder in die Schule. Du bist zu spät, Gio. Ja, wir waren ja vor der Schule noch. Jetzt kurz mal Cygnus Wing Battle Card holen, okay? Also beruhig dich. Beeilung, setz dich! Hm. Hä? Oh, okay. Der zweite Tag und wir werden eingeschrien. Am ersten Tag haben wir Geschichten erzählt bekommen. Komisch. Es hat doch noch gar nicht geklingelt. So, los geht es mit Mathe. Hä? Es hat doch gar nicht geklingelt. Im Unterricht wird nicht gesprochen. Hä? Entschuldigung. Viel besser. Ab heute setzen wir die Lernwelle im Unterricht ein. Swam, 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 tuschel, tuschel. Warum auf einmal? Ist das ein Problem? N-nein. Ich habe auch kein Problem damit. Ihr habt ein Problem damit. Mr. Shepard ist heute aber komisch. Seid ihr bereit? Team Arbeit. Äh, das ist fehl am Platz. Die Lernwelle ist jetzt aktiviert. Hm. Hey. Ja, hallo. Mathe-abellen überfluten, mein Hirn. Ach, Tabellen, egal. Ja, das scheint so zu sein. Einmal eins, eins. Einmal zwei ist frei. Einmal drei ist gleich drei. Alter. Fünfte Klasse? Einmal eins hat man doch schon in der Grundschule. Was soll der Kack? Drei mal drei ist neun. Drei mal vier ist zwölf. Drei mal fünf ist fünfzehn. Oh, das fühlt sich aber gar nicht gut an. Sie drängen sich richtig in den Kopf. Hey, Gio. Setz doch mal dein Visual auf. Ähm, okay. Ich glaube, ich nenne das Ding trotzdem Visualizer. Auf geht's. Irgendetwas komisches schwebt über den Köpfen. Ist das die Lernwelle? Nicht gerade sehr angenehm, oder? Hä? Was soll das heißen? Die Welle schadet dem Körper. Ha, 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 ha. Irgendwann wird das Gehirn schmelzen. Ein paar Minuten später. Unterricht vorbei. Neun mal acht gleich 72. Neun mal neun gleich 81. Furchtbar, der Unterricht und so still. Alles nur wegen der Lernwelle. Es ist völlig anders als gestern. Was hast du erwartet? Neun ist aufgetaucht. Wie langweilig. Wer war das? Ich, ich, hier. Hier hinten in der letzten Reihe links. Äh, von Ihnen aufs rechts. Dir ist also langweilig? Herhören. Unterbricht, äh, Unterricht braucht keinen Spaß zu machen. Wichtig sind die Noten. Ihr müsst bessere Leistung erbringen. Besser, 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 besser. Hey, einmal besser reicht. Juhu. Er hat sich verwandelt. Hm. Mr. Shepa. Wer ist das? Er ist hier. Wer ist hier? Ich bin hier. Ich habe mich verändert. Ich brauche keine Ideale. Gestern Abend ist mir völlig klar geworden, was wirklich wichtig ist. Lernwelle, du stand... äh, du sendest weiter. Okay, das kann doch wirklich nur nicht gut sein. Ja. Es kommen mehr Fragen. Sie überfluten mein Hirn. Okay, das brauchte ich nicht vorlesen. Mann, die Zollen machen mich total irre. Hey, es ist Mathe. Was hat in einem deutschen Spiel, was jetzt deutsch ist, japanisch zu suchen? Watashi wa Luna. Äh, ja, wir wissen, dass du Luna bist. Übrigens, das heißt, ich heiße... oder ich bin Luna. Ich verliere... dummer... Arigatou. Was sucht japanisch hier? Das ist vielen Dank. Also irgendwas stimmt mit dem Raum nicht, oder? Hilfe, Hilfe! Okay, was ist japanisch in der deutschen Raum? Hey. Ich verstehe, ich werde meinen Weg gehen. Juhu, ja, schön, hau ab. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Lass uns nicht hier. Wir werden noch sterben. Lauscht meine Kinder und hör... äh, und ihr werdet hören. Hey, Gio, komm zu dir! Wer reitet so spät durch die Nacht und Wind? Äh, irgendwie kommt mir das grad bekannt vor. Mir will es nur nicht grad einfallen, woher. Pff, er ist völlig weggetreten. Die Welle hat ihn erwischt. Ich habe keine Wahl. Gio, wenn du mich hörst, beiß die Zähne zusammen. Linker Jeff! Autsch! A-Au! Hä, was mache ich hier? Lernen? Und wieso tut mein Kinn weh? Frag Mega. Bist du wieder normal? Nein. Wir sind doch nie normal. Mega, hast du mein Gesicht so ramponiert? Dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen uns den Typen von eben schnappen. Das war Libra. FM-Iana der Ausgewogenheit. Muss ich das machen? Gibt es dafür noch jemanden? Äh, gibt es noch jemanden dafür? Außerdem, bist du ein Held, oder? Ich fass es nicht, dass du das gesagt hast. Ahaha, jetzt immer mir weinen. Äh, laufen und weinen. Warum redest du mit dir selbst? Äh, Äh, gar nicht? The Pet? Tolles Chaos. Was ist mit dem Lehrer? Alles okay? Ja. Komisch, was? Wenigstens geht es dir gut. Ich glaube, hier sind alle in Gefahr. Schnell, schaltet die Lernwelle aus. Aber wie? Die Lernwelle ist im Studio. Der Lehrer ist wahrscheinlich auch da. Studio? Okay, alles klar. Ab zum Studio. Und so. Und ich hoffe nicht, dass diese Aufzug geht. Bla, 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 Studio ist woanders. Und ich hoffe, dass diese Aufzug nicht auch Asynchron ist, weil es hier die ganze Zeit kurz stoppt. Nicht gut. So, noch eine kleine Zwischensequenz. und dann noch ein Kurschermin. Das iste der Schöppel. Der Schöppel. Ah, da schwänzt wohl jemand den Unterricht. Haben wir vor dem Unterricht auch schon getan? Warum tun sie uns das auf einmal an? Da gibt's nichts zu erklären. Das ist ein Erwachsenenproblem. Ich sag dir nur eins. Ich mache unsere Schule zur Nummer 1. Das wäre alles. Dann... Dann haben sie uns ja vorher angelogen. Was ist denn jetzt mit den anderen Dingen, die außer der Schule und Bücher noch wichtig sind? D. Festhalten. Du verlierst langsam dein Gleichgewicht. Mach dir keine Sorgen. Übrigens, Gio, wieso kannst du dich hier frei bewegen? Äh... Also wir haben zwei Beine. Womit wir gehen können. Das geht ganz einfach. Man bewegt abwechselnd einfach Beine nach vorne und fertig. Ach, verstehe. Die Lernwelle ist nicht stark genug. Also... Nein, tu das nicht. Tu das nicht. Wehe, du wachstest. Wehe, du wachstest. Wehe, du wachstest. Wehe, du wachstest. Also muss ich sie verstärken. Und diesmal steuere ich sie von hier aus. Sie sind in den Computer rein. Hinterher! Was fällt uns sonst rein? Dann müssen wir einpulsen. Setz dein Visualizer auf, Gio. Mist, war ja klar, dass hier keiner ist. So klar, dass hier keiner war. Wir müssen woanders aus. Einpulsen. Ich hab das von überlesen. Und komm hier. Komm, wir gehen raus und suchen ein Wellenloch. Das habe ich jetzt vor, Mega. Und jetzt halt einfach deine Klappe, damit ich weitermachen kann. Ja, schön. Oh, blaues Etem. Uhuhuhu. Komm hier rein. Kein Wellenloch, kein Wellenloch. Aber Etems. Schöne Etems. So kleines Mädchen. Äh, in unserem Klassenraum war doch hier hinter eins. Oh, cool. Ja, wir wollen auf Sendung. Alles klar. Megamand am Start. Lernwelle kaputt machen. Ganz einfach kaputt machen. So, da geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Äh, ich weiß, wir müssen woanders... Ich sagte eigentlich, wir müssen woanders lang. Das geht doch da unten, oder? Weißt du, was jetzt? Pet war nicht im Klassenzimmer. Und wenn ihm was passiert ist? Du kannst darüber nachdenken, wie du willst. Aber du kannst ihm jetzt nicht helfen. Wir müssen jetzt erst einmal Libra schlagen. Ja. Glaubst du, du schaffst das? Ich glaube, ich habe das. Diese Stimme. Das ist der Typ verneulich. Wir haben schon mit Libra genug zu tun. Und jetzt kommt der auch noch... Grins. Wie immer. Hey, was willst du, Penner? Arbeitest du für Libra? Diesmal entkommst du nicht. Da kommt... Äh, da kommt er näher. Bereit machen, Gio. Gio? Ich kann nicht gewinnen. Letztes Mal... Hab ich verloren, deswegen... Sei nicht dumm, Kleiner. Aber... Was ist mit dir... Mit deinen Freunden? Ich... Ich bin kein Held. Ich habe Angst davor, dass man mir wehtut. Bist du fertig? Ah! Nimm das! Ah! Ganz schlecht, ja. Ganz schlecht. Quetsch! Es tut so weh. Vielmehr halte ich nicht aus. Ich werde unnächtig. Ah! Schlaf ein. Ja. Weiß... Und ich. Oder Gio. Wo bin ich?